Hallo, mein Name ist Robert Heinze vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele. In dieser Kurzreview für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur stelle ich Ihnen das Spiel Warsaw vor und frage insbesondere nach seiner erinnerungskulturellen Bedeutung. Warsaw ist ein Spiel, das sich verschiedener Elemente aus den Genres der Rundenstrategie und Roguelikes bedient, um den Spielenden die Geschichte des Warschauer Aufstands nahezubringen. Das Spiel nimmt dabei konsequent die Perspektive von unten ein und stellt die kämpfenden Warschauerinnen und Warschauer in den Mittelpunkt der Erzählung. Spielmechanisch orientiert es sich eng an dem erfolgreichen Horrorstrategiespiel Darkest Dungeon. Die SpielerInnen leitet ein Team aus Aufständischen, wobei die einzelnen Figuren sterben können. Der Tod kann auch nicht durch verschiedene Speicherstände rückgängig gemacht werden. Dass sich im Verlauf des Spiels ein immer besser eingespieltes Team entwickelt, bedeutet der häufige Tod einzelner Figuren immer einen schweren Verlust. Dieser wird auch narrativ und emotional durch ausgearbeitete individuelle Persönlichkeiten und Geschichten betont. Ziel des Spieles ist es, mit dem Team und möglichst vielen WarschauerInnen den Aufstand zu überleben. Gewonnen werden kann er nicht. Selbst im Kontext des Genres der von Darkest Dungeon inspirierten Rundentaktikspiele ist der Schwierigkeitsgrad von Warsaw relativ hoch und eine narrative Erkundung des Spiels zeitaufwendig. Mittels zusätzlichem Material wie historischen Büchern und literarischen Erfahrungsberichten aus dem Warschauer Aufstand sowie Let's Plays und Interviews mit den Entwicklern kann das Spiel dennoch in den Unterricht integriert werden. Der Warschauer Aufstand von 1944 ist eines der wichtigsten Ereignisse in der polnischen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Die polnische Armiya Krajowa, oder Heimatarmee, auch AK genannt, war die größte militärische Widerstandsorganisation in Europa und Teil eines ganzen Untergrundstaates in Polen, der von der exilierten Regierung in London ausgeleitet wurde. Am 1. August 1944, kurz vor Ankunft der Roten Armee in Warschau, traf die Regierung gemeinsam mit der AK-Führung die Entscheidung zum Aufstand, um die polnische Hauptstadt selbst zu befreien und einer sowjetischen Machtübernahme zuvor zu kommen. Entgegen der Erwartung zog sich die Wehrmacht jedoch zunächst nicht weiter zurück. 63 Tage kämpften die Aufständischen, bevor sie inmitten einer fast vollkommen zerstörten Stadt kapitulieren mussten. Die Tragik dieses aussichtslosen Kampfes gegen einen militärisch haushoch überlegenen Besatzer ist einer der zentralen Erinnerungsorte Polens nach 1945. Trotz der jahrelangen Unterdrückung der Erinnerung durch die sozialistische Regierung ist der Aufstand in der Populärkultur, in Filmen, Literatur, Kunst und Comics sehr präsent. Die Erinnerung ist aber auch umstritten. Konservative betonen den antitotalitären Charakter des Aufstandes, der sich auch gegen die Sowjetunion gerichtet habe, und das Märtyrertum der Aufständischen, die sich in eine Geschichte der vergeblichen, aber heroischen Kämpfe für die polnische Nation einordnen. Liberale hinterfragen die Entscheidung der Leitung der AK, einen aussichtslosen Aufstand zu beginnen. Das Spiel Warsaw behandelt die 63 Tage vom 1. August bis 2. Oktober 1944 aus der Perspektive der Aufständischen. Mit Absicht wollen sich die Entwickler nicht in die politischen Debatten um die kollektive Erinnerung an den Aufstand einmischen. Die enge Fokussierung auf die lokale Ebene und auf das Zeitfenster von Beginn zum Ende des Aufstandes entkontextualisiert ihn aber und tendiert damit zum Märtyrer-Narrativ. Dazu kommen auch der hohe Schwierigkeitsgrad und der häufige Tod von Figuren, die den Spielenden ans Herz gewachsen sind. Alles, auch die Grafik, betont die Vergeblichkeit und Düsternis der Handlung. Allerdings sind entgegen des nationalistischen Narrativs auch polnisch-jüdische Aufständische und sogar deutsche Überläufer als Figuren im Spiel dargestellt. Die historisch verbürgte Darstellung der Stadt selbst und die strategischen Entscheidungen im Häuserkampf zeigen den Spielenden auch die Unübersichtlichkeit, das ständige taktische Hin und Her der Fronten, die Notwendigkeit für eine aufständische Armee aus Zivilisten, die Moral aufrecht zu erhalten und Versorgungen zu gewährleisten. Die weitreichende Unterstützung und Beteiligung der Warschauer Bevölkerung am Aufstand wird durch die Vielfalt der Figuren, die mit während des Spielverlaufs anwachsenden Biografien charakterlich ausgestaltet werden, gezeigt. Allerdings bleiben Spielhandlungen auf das Militärische fokussiert. Die Versorgung, Aufrechterhaltung von Krankenversorgung, Kinderbetreuung und vieles mehr zeigt das Spiel nicht. Für deutsche SchülerInnen präsentiert Warsaw dennoch die Perspektive der Opfer deutscher Besatzung, die aber als aktiv Handelnde ihrer eigenen Geschichte dargestellt werden. Insofern kann eine mit zusätzlichem Material begleitete Behandlung des Spiels im Unterricht mit großem Gewinn eine in Deutschland wenig beachtete, für unser Nachbarland aber zentrale Episode in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs beleuchten. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele. Vielen Dank fürs Zuschauen.